So, hier sind wir auf dem Kreis Getürk von Maribor. Das hier ist das Schloss von Maribor. Das hier war Kino früher. Und dies hier war ein ganz, ganz großes Hotel. Jetzt ist es klein geworden. Wir sind jetzt im Zentrum von Maribor. Hier nochmal das Schloss. Hier ist es hier. Esel-Eck heißt das. Da steht der Richtige da. Was haben Sie denn da eingebracht? Ja, ja, ja. Passt ja gar nicht. Ja, ja. Nee, oder? Ja, okay. Ja, okay. Ich guck nicht so wild. Martin, mach ein Winke, Winke. Winke, Winke. Was ist denn das? Ist das eine Weltkugel da oder was? Irgendwie ein Monument.